Mein Name ist Pamela Seidel, ich komme aus England, bin in Brighton groß geworden und seit 1975 wohne ich hier in Deutschland, in der Nähe von Hannover. Ich unterrichte seit 1997 an der FADW. Ich habe immer wieder Studenten, die kommen, um zu wissen, wie es ist, wenn sie im Ausland studieren, wenn sie ein Praktikum im Ausland machen, ob es Fördermittel gibt. Dann auch die Summer School, die jedes Jahr in Schottland stattfindet. Da kommen auch sehr viele Fragen deswegen. Mit incoming Studenten, wir sind relativ neu in dem Erasmus-Programm, sodass wir noch nicht sehr viel Erfahrung haben. Aber sobald ich von unseren Partneruniversitäten eine Liste bekomme von Studenten, die eventuell bei uns studieren wollen, dann schreibe ich allen persönlich, schicke denen alles Mögliche an Informationen über das Studium, die möglichen Module, die sie machen könnten. Steven war wirklich eine Bereicherung für uns. Er war in mehreren Klassen, sodass alle Studenten, die International Management gemacht haben, haben ihn kennengelernt. Und er hat immer sehr viel zu den Diskussionen beigetragen. Und es war interessant, seine Beobachtungen, zum Beispiel seine Beobachtungen über die Deutschen, wie ist das Leben anders hier, das fand ich sehr positiv. Ich rate unseren Studenten absolut, diese Gelegenheit wahrzunehmen, ins Ausland zu gehen. Das ist eine Bereicherung, nicht nur für die Sprachkenntnisse, sondern dass sie andere Leute kennenlernen. Und ich rate, so viel wie möglich das Land zu entdecken und nicht nur in der Universitätsstadt zu bleiben, wo sie gerade hinkommen. Das ist eine Bereicherung, nicht nur für die Sprachkenntnisse, sondern dass sie andere Leute kennenlernen. Untertitelung des ZDF, 2020